Die Polizeioberkommissare Mark Westerhofen und Christian Reuter sind auf Routinestreife, als vor ihren Augen ein Schüler durchdreht. Mann, ein Gangsterspiel oder was? Arnold, für den 1826 sind wir in der Maiberstraße an der dortigen Schule. Macht hier kurz einen Einsatz für unsere Auffrageverschaffung. Hier, 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 was ist los? Leg mal den Ding weg da. Hey, 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 hey. Was machst du so? Leg mal die Bohrmaschine weg. Geh mal zurück, geh mal zurück. Steht mal auf. Krank im Kopf oder was? Hier, steht mal, was ist los hier? Das ist doch bescheuert. Ganz ruhig, ganz ruhig. Akkubohrer da, ja. Ja, haben wir gesehen. Warum? Keine Ahnung, ich will keine Ahnung, was der für eine Scheiße macht. Komplett den Schuss nicht gehört. Was ist denn los hier? Therapie oder irgendwie sowas. Was ist denn los? Ja, jetzt bleibt jetzt mal da immer ruhig, ja? Was ist denn los? Nee, ich sag, es ist einfach nur, nee. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn passiert? Haben die dich geärgert? Haben die dich gezangen? Es soll ein kleiner Schuhstreich gewesen sein. Hey, ich hab gerade gesagt, es soll immer ruhig sein. So verstehe ich kein Wort. Ruhig bleiben. Dann lass uns doch mal in Ruhe ausreden. Wir kümmern uns drum. So. Ja, dann lass uns doch mal in Ruhe ausreden. Ja, dann lass uns doch nicht schwer. Ganz ruhig. So. Wir sollten, wir sollten einfach nur, das war einfach nur ein kleiner Streich gewesen und, ja, aber sie, sie meinten einfach, ja, ich muss jetzt nicht, dass das so passiert. Bestimmt nervt euch dauerhaft. Beachte die gar nicht, guck mich einfach an, tue so, als wenn die gar nicht dabei sind. Nur wenige Minuten später kommt die Mutter des Jungen hinzu. Von ihrem Sohn erfährt sie den traurigen Hintergrund der gefährlichen Aktion. Wir haben jetzt, ja, äh, die Mom, mich schon seit ich hier in der Schule bin und das wollte ich jetzt einfach nicht. Ja, aber, hey, ihr sollt ruhig sein, sonst sitzt ihr im Streifenwahr. Ja, schön, aber wenn ihr irgendwie Quatsch erzählt. Weil wir nach meinem Hund heißen, haben die einen Hundeführerschein jetzt gemacht. Was? Die Hundeführerschein? Ja, Korin, wie heißt das? Das ist aber jetzt gelaber hier. Sie haben in der Tasche Hundeführerscheine und noch Lein und Leckerlis und das mach ich einfach nicht mehr mit. Weiß ich nichts von. Das ist einfach nur schrecklich nervig. Hast du dich jetzt heute einmal gewehrt, oder was? Ja. Sie mobben mich nur mich, sondern auch mein Sohn. Für dich jetzt noch mal zum Schluss, ne? Wenn du dich jetzt ein einziges Mal, der Kollege hatte schon mal gesagt, noch mal etwas näher bewegst, an mich heran, in meinem Rücken, mehr wie zwei Meter, dann sitzt du im Wagen drin. Wem ist der Rucksack? Was ist denn da in dem Rucksack, sind die Sachen da drin, da gucken wir mal rein. Ey, warum muss ich denn jetzt aufmachen? Hat der Kollege doch gerade gesagt, also entweder machst du den freiwillig auf, oder wir machen den auf. Wir können damit zu deinen Eltern fahren. Nö, können sie gerne aufmachen. Was haben die denn gemacht? Ja, sie haben mir in der Pause eine Leine um den Hals gewickelt und mir einen Platz zugewiesen. Dass ich Platz machen soll und Rötchen haben mir Leckerlis vorgegeben. Ausgestellt auf Jeremy Hün. Und Simon, ich habe gehört, dass Jonas auch noch heute so eine Führerscheine macht. Das ist jetzt quasi der Führerscheine, dass du ihn führen darfst, oder was? Wie bist du denn drauf? Hast du auch so ein Kram im Rucksack? Dann machen wir deinen Rucksack auf. Wir haben auch heute in der Pause ein Video darüber gemacht. Können die da mal? Er muss das... Könnte also durchaus möglich sein, dass er vielleicht... Kannst du mal gucken? Pass mal auf, soll ich das mal erklären? Pass mal auf, wir erklären erst mal. Ja, okay. Der Junge macht jetzt Angaben dazu, dass er hier genötigt wird. Das ist eine Straftat. Das ist eine Straftat. Er macht Angaben dazu, dass sich Beweismittel für diese Straftat hier in den Taschen befinden. Dann können wir das sehr wohl durchsuchen. Ja klar, das dürfen sie durchsuchen. Wir werden auch deine Eltern jetzt gleich... Wir werden jetzt gleich deine Eltern informieren. Dann werden wir das Handy komplett sicherstellen. Ganz einfach. Okay. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? 14. Und du? Ja, dann müssen wir eure Eltern sowieso informieren. Wir sind nämlich gerade von zwei Monaten jetzt. Du bist ja Jannik oder was? Ja, genau. Was soll so ein Scheiß? Nur weil er sich nicht wehren kann oder was? Ja, ist neu auf der Schule. Unfassbar. Mann! Wie würden euch denn fühlen, wenn einer das mit euch macht? Ja, schlecht. Ja. Dann weiß ich nicht, wieso er das mit ihm macht. Nur weil der einen anderen oder einen lustigen Familiennamen hat oder was? Ja. Jannik Köppe hört sich auch nicht super an, oder? Ein toller Name. Als die Beamten das Video auf dem Handy des Verdächtigen sichten, kommt eine interessante Neuigkeit ans Licht. Offenbar gibt es einen dritten Täter. Zeig mal her, was du kannst. Warum hast du nichts befallen? Also der, das bist du. Mach mal nochmal Sitz. Komm. Komm mal was, das oder nee, nee, leg dich mal auf. Ja, das ist so. Und wo hast du filmt, ne? Wer ist denn der dritte hier? Das ist ein Riesenmissverkehr. Da ist ja noch einer mit Füßen hier, ne? Mit weißen, ah, ein Mädchen war das. Wer war denn noch dabei? Kannst du mir noch bestimmt sagen. Da ist so ein Mädchen noch dabei. Ja, sie heißt Lindner und sie sollte bei meinem Bruder auch den Unterführerschein machen. Und das soll irgendwo hier auf dem Schulhof auch sein. Hast du denn eure Lehrerin? Ja, ne. Eure Lehrerin oder deinem Lehrerschub? Sie wussten nichts davon, ne? Nee. Hast du deine Lehrerin oder deinem Lehrerschub gesagt? Ja, der muss hier irgendwo auf den Schulhof. Dein Bruder, da ist. Ja. Wo ist dein Bruder von ihnen? Wisst ihr das? Keine Ahnung. So, dann geht mal gucken. Hier. Ist dein Lehrerin denn noch da? Das weiß ich jetzt nicht, ob der noch da ist. Einmal zurück. Hier, komm, du kommst ruhig mitgehen. Ja, sehr ruhig. Ne, große Klappe dann als letztes gehen. Was ist denn hier los? Wird ja jetzt hier auch noch eine Hundepraxis durchgeführt. Hier, pass mal auf. Lass mal auf. Weißt du was, wir tauschen jetzt gleich. Brauchst gar nicht abhauen. Brauchst gar nicht abhauen. Pass auf, wir tauschen jetzt gleich mal die Rollen. Was hältst du davon, wenn ich jetzt gleich mal die Leine nehme und die Leine um deinen Hals wickele und dann bei dem Jungen dann einfach mal sage, was noch auf, nimm du mal die Leine. Nimmst du das sauber oder was? Hat dir irgendwas verpasst hier in der Schule? Aber das war doch nur Spaß. Das ist aber auch kein Spaß. Wie alt bist du denn? Ich stehe zehn. Hast du eine Ausweite einmal? Deinen Rucksack? Ja, mein. Darf ich mal reingucken? Ja, klar. Wir haben ein Video gerade mal gefunden, da bist du auch mit drauf. Ein bisschen. Was für ein Video denn? Ein Video? Das weiß ich ja gar nicht. Ich weiß aber von dem Video und du weißt ja von dem Video auch. Nein. Er hat das gefilmt von seinem Handy. Ich habe das Handy in der Tasche, das sichergestellt. Und er war der andere, der mit dem Hundeleine dran. Ach, das ist der Bruder. Das ist der Bruder auch noch von dir. Das ist echt nur ein Spaß gewesen. Ja, ja, super toller Spaß. Du bist 16 Jahre alt. Du musst doch wissen, dass das kein Spaß ist. Das Thema Mobbing, das wird ja mittlerweile überall sehr, sehr groß geschrieben. Und es melden sich eigentlich immer mehr Opfer, die mal gemobbt worden sind oder immer noch gemobbt werden. Es gibt Anlaufstellen dafür, sei es im Berufsleben. Da gibt es Mobbing-Beauftragte, genau wie so hier in der Schule auch. Wenn die keinen haben sollten, sollten sie sich auf jeden Fall an die Vorgesetzten wenden oder an deren Vorgesetzten oder auf jeden Fall an die Eltern. Das sollten die Schüler machen oder an Freunde, Bekannte, Verwandtschaft. Sich zumindest irgendjemanden anvertrauen, der sie ein bisschen damit auskennt und dann entsprechende Maßnahmen einleitet. Wir haben gerade mitbekommen, dass die zwei Hundjungs von der Familie Hund, die Jungs, von denen drei hier schwer gemobbt werden und hier genötigt werden. Gemobbt? Sprich heißt, mit Hundeleine hier über den Schulhof laufen, krabbeln und sie hat gerade versucht, ihn nicht versucht, sondern sie hat ihn hier in den Hundehaufen da reingedrückt. Und das geht gar nicht, ne? Wie kam das dazu? Wer war das? Die drei hier. Nein, was habt ihr euch dabei gedacht? Haben sie auch schon gefragt, die haben gesagt, die Fände sind lustig. Das ist lustig? Ist es lustig, Leute zu verletzen? Das war doch eigentlich nur ein Scherz. Es ist kein Scherz für Menschenleiten. Christian Reuter fordert das Mädchen auf, den Hundehaufen zu entfernen. Selbst den erfahrenen Beamten geht dieser Art von Mobbing sehr nahe. Warum haben die euch denn jetzt ausgesucht? Nur wegen dem Familiennamen oder was? Und ihr habt das einfach mit euch machen lassen, weil ihr euch nicht wehren konntet? Gut, wir haben jetzt ja gehört von der Lehrerin, wie das zu verfahren ist. Also wenn hier irgendwelche Probleme sind und ihr unter Druck gesetzt werdet von euren Mitschülern, aus welchen Gründen auch immer, scheut euch nicht davor, zu der Klassenlehrer zu gehen. Auch zu mir, ne? Die müssen das wissen. Und vertraut euch der Mama an und das geht alles. Aber was die hier machen, die werden sich dafür verantworten müssen. Ja. Ihr dürft immer zu mir kommen. Da fahren wir unsere Sprechstunden. Ja, die Gebrüder Hund sind hier über den Zeitraum von mehreren Monaten hier benötigt worden, irgendwelche Sachen zu machen, die sie nicht machen wollen. Das stellt ganz klar eine Straftat dar. Die Täter, die vermeintlichen Täter sind hier 14, 16 und 16 Jahre alt, also sind strafmündig. Und da werden sie sich auch mit Sicherheit verantworten müssen. Das ist die Zeitraum.